Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Bierserkas. Mit dabei, Fresh Fries, Bayerwald und MG muss mit. Guten Tag! So, und wir spielen wieder ne Runde Domination. Ja. Mitten in der Runde angefangen, läuft mal Premium. Ja. Haben wir mal Zeit, hier noch welche zu verkloppen. Ja, Fresh, das drehen wir noch, oder? Naja. Da klauen wir den Kill, Alter, ey. Und wie wir dann drehen? Jetzt haben sie schon wieder. Scheiße, wir auf die falsche Stille rauf. Fuck. So, läuft schon langsam. Super, runtergefallen. Na, läuft. Läuft, die Cheater. Das wird jetzt aber ne ziemliche Herausforderung, das weißt du schon. Ach, easy. Locker easy. B, 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 B. B, definitiv, B. Aua, ich bin voll in die Bombe gelaufen. Ja, wenn's dir Spaß macht. Ah, treffe ich den scheiß Fuzzi noch. Oh, don't make me mad. Geh weg, du Bot. Oh Gott. So. Ach so, und Alex lockt mich weg. Ja, der kann sowas. So, wie sieht's denn aus? Na, die haben B, so gut wie. Ah, shit. Du musst halt zurückholen, direkt. Ja, bin schon da. Wenn's wär. Aber hier ist massive Gegenwehr. Erstmal stirbt ja einer jetzt. Oh, fuck. Sauber. So. Die haben wir wieder. Super. Die sind unterwegs zu A. Ich nehm mir das Bier. Oh, fuck. Die sind fast da. Die sind schon fertig mit A. Ist ja Wurst. Die haben nicht viel Punkte. Eben, weil die ist ja fast verloren. Wie bin die Bots hier beide, die den Tänzer auch erledigen. Weil du einfach tot bist. Ja, weil du gewusst hast, dass wir wieder auf dem Punkt stehen. Oh, B haben die auch schon wieder. Es gibt's ja nicht. Ja, ja. Ihr sheetet doch. Warte, die ist nicht untätig. Ja, fahr die wieder. Jetzt läuft er bestimmt zu zäh. Ja, sicherlich. Ja, er ist schon da. Er ist schon da. Wirklich, Natze. Wirklich. Ach komm, ey. Dann stehen sie zu zweit hier. Ehrlich? Das gibt's ja nicht. Das ist Bier weg. Ja, ich brauch das auch zu trinken. So könnt ihr ne Runde auch gewinnen. Wenn ihr schon mit über 100 Punkten vorne liegt. Heule doch. Ja, eben. Jammerlappen. Tut er doch. Merkt ihr es nicht? Mein Bär, mein Bär. Die holen sich B wieder. Ja. Echt? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht wirklich dran. Ah, die holen B schon. Ja, das ist... Oh shit, auf meiner Seite sind sie. Ach komm, ey. Ich hab dich hier schön... Ja, wie viel... Wie viel Bots stehen denn hier? Ich kann mich nicht mal mehr rühren. Fuck. Ich hab Mg noch einmal mitgenommen... Äh, Bayer noch einmal mitgenommen. Ja. Victory. Schade. Egal. Ihr müsst immer mit der Schmach leben. Ihr hattet 100 Punkte Vorsprung einfach mal. Ja, 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 ja. Das ist egal. Du weißt, ein Punkt oder 100 Punkte Vorsprung. Das ist egal. Gewonnen ist gewonnen. Trotzdem haben wir mehr Punkte insgesamt gemacht als ihr. Oh, ich bin wieder mit Mg zusammen in einem Team. Hm, Team Deathmatch. Team Deathmatch ist irgendwie immer so schnell vorbei. Ja, das passt aber. Naja. So, jetzt sehen wir hier natürlich wieder den übelsten Punkt. Äh, mal unter Stats gucken. Cool. Ah, coming soon. Wow. Ja. Super. Customized kommt auch später. Ja. Ja, dann kann man die ganzen Klasse ein bisschen einstellen. Finde ich auch irgendwie interessant, wenn es noch kommt. Ah, die mit, okay. Vielleicht ist ja... No SMG. Ist es da nicht so, so OP, ne? Guck mal, die Bots, die töten sich schon alle gegenseitig. So unheimlich ist denen. Wenn es ihnen Spaß macht. Wirklich fresh. Ja, weil der hier... ...an dem Ding rumsteht. Oh, komm, ey. Falle ich hier runter. Richtig, Assi. Du musst mal allein weiterkämpfen. Hab ich denn gekillt? Hab ich mein eigenes Boot runtergeworfen, oder was? Natürlich. Oh, was ist denn alle? Da oben. Ja, da ist jemand blind. Hm, meinst du? Das ist alle Taktik, mein Junge. Das ist alle Taktik. Ach komm, und dann kommt Bayer auch noch um die Ecke. Aber fresh hab ich zumindest... Ja, natürlich, weil ich's kann, Junge. Dann holt er sich noch das Bier unsichtbar. Hör mir auf. Ja, natürlich. So macht man das. Bayern mit einer schönen Fünsche verarscht. Schön, wie die Bots immer erst 180 Grad umdrehen, wenn sie erblinden. Und der Bot nimmt nicht mit, oder was? Ja. Ach komm. Da kam ich gerade so nicht zum Bier. Aber wir führen alles entspannt. Ja, ganze zwei... Zwei Leben. Ja, das ist immer vorbei. Ja, muss erst mal durchblicken. Bayer kann nur draufhauen. Immer nur draufhauen. Ich weiß nicht. Einfach aufs Maul. Hab er doch vorhin gesagt. Boah, fresh, du gehst mir echt hart auf die Eier gerade. Cool. Wollte er entkommen. Ah, da ist er getanzt. Zu spät. Bayer nimmt den noch mit. Im G war da schon längst tot und du nimmst noch diesen anderen. Das ist wie cool. Aha. War lecker. Hab 188. Ja, wo ist er denn? Hier. Aha. Aha, MG. Was denn? Hast du meinen Tänzer getroffen? Ja, ja. So. War ja auch noch schnell weggemacht. Jetzt kannst du nicht mehr tanzen. Aha. Jetzt kannst du nicht mehr tanzen und ich tanze direkt. Aha. Aha. Ach Gott. Ja, natürlich. Wir einfach alle nur tanzen. Wie, Al Fresh einfach eine Bombe am Arsch hatte. Ich war blind. Ich hab gar nichts gesehen. Du bist doch immer blind. So, Bayer gekillt. Super. Ich geh jetzt nur noch auf die Bots und hole die MP für mich. Das ist billiger. Fahle Sau. Ja. Geh mal den anderen einfach aus dem Weg. Nein, der macht es genauso. Ja, natürlich. Ja, Insta. Wenn ich blind bin, drücke ich sofort Kuh. Das dürfst du jetzt schon langsam wissen. Das ist einfach zu easy, dich zu verarschen. Nein, ey. Nicht schnell genug weggekommen. Aha. Nein. Dann falle ich wieder runter. Ja, sonst hätte ich dich aber auch gehabt. Du hattest ja nichts mehr. Ja, ich hatte nur noch zwei HP oder so. Ey, Wurst. Trotzdem noch nichts entschieden. Ach, ist schon entschieden. Wir führen mit einem. Zwei. Wow. Mit zwei gleich. Wirklich? Zwei sind zwei? Nein, er tanzt auch. Aber er ist davor. Nein, jetzt bin ich geblendet. Yippie, juhu, Schweinebacke. Ja, ja. Alex, erster Kill heute so. Bayer war schön die Bombe angeheftet. So ein kleiner Drecksack. Das gibt's nicht. Dann gibt's alles und zwar gratis. So. Ich glaub, wir sind in Führung, Natze, ne? Nicht mehr lang, nicht mehr lang. Ich glaub, wenn unsere Bots so rotze doof sind. Passend zu euch. Ach komm. Das war jetzt gemein. Natürlich. Kennst du mich ja. Ich bin immer gemein. We're mad bro. So. Der Führung wird ausgebaut hier. Ausgebaut, sagt er. Wie unsere Trans-Symphos sich gegenüberstehen. Richtig geil. Hier ist kein Bier. Ja doch, jetzt war es auf einmal wieder da. Unsere Bots sind da unten echt am rumschampen, weil die da nicht rauskommen. So. Wie, dann hast du dich einfach schon wieder weggerannt? Ja, aber Sandris kann er ja nicht, auch schon weg, nein. Äh, abwarten. Abwarten, sag ich ja. Na, tanz da einfach. Ich hab hier drei Boxer, Marke. Komm, ey. Ich auch, ungefähr. Oh, fuck, ey. Okay. Ich mach mal. Fuck. Uh. Die zwei sind doch innere Lander gelaufen. Das gibt's doch gar nicht. Ich bräuchte mal ein Bierchen und das dringend. Nein. Wollte ich gerade dodgen. Verfluchte Scheiße. Aber wir sind gut vor und fünf erleben. Ah, dein Bob mal aus der Luft geholt. Nein, er hat dodged. So, weg ist er. Sauber. Sauber. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Das Bier ist instant vor mir. Das Bier ist instant vor mir aufgetaucht. Ah, ich hab noch einen mitgenommen. So. Den hab ich mal. Oh, fuck. Ja, komm. Hab ich noch gut kassiert, aber mir wurscht. So, wir sind sechster vor und Natze. Okay. Also, eigentlich eh schon eine Safe Zone. Fünf nur noch. Alter. Oh, er tanzt. Nein, ich fall runter. Jetzt habt ihr gewonnen. Ja. Das gab nicht was. Oh, ich werd noch gemacht. So ein Scheiß. Stell jetzt dann mal um. Hier, Bombe und Kuh. Nein. No. Double Kill. Und da ist es vorbei. Jo. Saubernatze. Ich hab den letzten Kill gemacht. Ja, schön für dich. Trotzdem kriegst du nichts dafür, dass du den letzten Kill gemacht hast. Ne. Können wir uns nichts kaufen von. Richtig. Wir müssen fast noch eine Runde spielen. Wir haben erst zwölfeinhalb Minuten. Ja, dann machen wir noch eine. War ja auch ein Team-Mate, der letzte Kill. So, nochmal ein Team-Deathmatch auf der kleinen Map. Natze hat Level 91, ich 88, Bayer 55, Fresh 49. Das spricht natürlich für unsere Qualität, Natze, ne? Ja. Ja, ja. Sind die, die stundenlang im Vorfeld immer spielen, hörst du? Ganz geheim. Sicher. Ja, klar ist doch so. Kannst du gar nicht leugnen hier. Schau mal, das schau mal Natzes Ping an. Hab ich so'n, äh, geil. Ich hatte gerade einen guten Ping. Ist halt bei 300 Spielstunden versus 5 Spielstunden ist das halt so. Ja, ja, ja. Dass man das nicht mehr nennen hat. Drauf geschissen, Jungs. Immer diese Schönrederei hier. Ja. Obwohl das eh nicht stimmt. Ja, das ist first blood. Na, komm. Nein. Ich kenn dich halt so gut, du haust dann trotzdem noch drauf. Ah. Nein. Ich wollte noch an die Kante hochdodgen, ist aber nicht gegangen. So, was heißt hier ciao? Ich bin übrigens wieder hochgekommen. Wie das? Bam. Hier ist Lava rum. Hier ist einfach Lava rum und dann hüpfst du halt wieder hoch. Wenn man noch genügend Lebenspunkte hat. Geht so was. Ganz easy. Wo sind Feinde? Nein, der Olof Bot hat mich getötet. Jetzt uns auch den Bayerwald mitgenommen. Ja, ja. Ja, freu dich nicht so früh. Immer der Tänzer hier. Nein. Da kommt einer von hinten zum Bot. Ah, so ein Bot ist immer cool. Ah, so cool. Mit dem muss man einfach mal rechnen. Ach, und tschüss. So, da steht noch ein Bierchen rum. Ich hab's immer geschafft, meinen Pfeil abzuschießen. Ach, komm, ey. Hallo, was soll der Scheiß? Wieso hüpf ich nicht hoch genug? So ein Scheiß. Finde ich ja fast dreist. Weißt du, wie der Bot zu dumm ist, eine Treppe hoch zu gehen? Ja, die Bots sind generell zu dumm. Die haben ja auch nie andere Klasse. Und die nehmen immer nur den Haupt-Berserker oder so. Wie hast du das bitte gesehen? Ich hab dich irgendwie noch gesehen. Keine Ahnung. Ach, ich hab noch mal geschossen, ich honk. Ich hab Q gedrückt und noch mal geschossen. Deswegen. Da war der Schuss noch nicht ganz fertig. Wer war blind von euch? Ich. Das ist so gemein. Hat er dich Blinde gemacht? Bayer hat eine Bogen-Tussi. Ja. Ich komm genau im Fight runter. Das ist groß. Ach komm, und dann komm ich nicht weg. Sie sich die eigenen Scheiß-Bots einfach nur immer voreinstellen, ey. Ja, und dann kannst du dich nicht mehr wegrühren. Bots sind so dämlich. Ja. Deswegen kannst du ja selber auch killen. Ach so. Ja, ich war blind und kann gar nichts machen. Ja, das war ja auch so beabsinnig, dass du blind bist. Jetzt kommen hier die Ausreden schon wieder. Wirklich. Ja, komm, ey. In der Vier-Mann-Truppe stehe ich drin. Jetzt kommen die Ausreden hier wieder, weißt du? Das ist keine Ausrede, das war eine Tatsache. Ah, Natze. Das heißt hier, Natze, ich bin MG. Lies halt mal anständig, Junge. Ach, er holt mich noch, oder wie? Mann. Ja. Wenn noch der andere nachläuft mit meiner Bombe. Wer tanzt denn hier? Er geht nur auf mich. Nein. Ah, fuck. Aber Bayer habe ich lang beschäftigt. Ja. Wirklich. Das hast du sonst nicht gesehen. Ah, vor dem Bier. Kachiii. Vor dem Bier. Ah, Fresh ist schon wieder hinter mir, ja. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Einer ist schon wieder drin. Ah. Und tschüss. Ach, der ist er ja wieder. Nein. Ich nehme genug. Ah. Boah, fuck. Super. Konzentrierst du dich auf MG, oder wirst du voll nicht ganz dicht erschossen? Skipp's nicht. Boah, und dann falle ich hier von der Map. Und dann geht er sich selber. Nee, ich lebe noch. Nee. Ach so. Ah, der tanzt da. Ach komm, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Das wird wieder eine ganz knappe Runde. Das finde ich schon wieder ein bisschen pervers. Einmal über Schlacht weggeworfen, Alter. Ja, hab mich erwischt. Huch, die war drüber. Die war zu weit. Ja. Ich glaube, das verlieren wir. Oh, weiß man ja nicht. Glaube ich ja. Könnte immer noch funktionieren. Nein, wie meine Bombe einfach daneben geflogen ist. Ah shit, jetzt habe ich meinem eigenen Team-Mate die Bombe angeheftet. Ja, war nix, hä? Nee. War jetzt zwei Kills. So. Läuft gerade gut. Ein Kill. Komm, letzter. Komm, komm, komm. Stierb, jawohl. Gewonnen. Ah, komm, ey. Und Latze war der letzte Kill, oder? Naja, egal. Nee, ich lebe. Ein Bot war das. Ich habe auch noch gelebt. Ich habe ihn gemacht, aber... So. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet bei den anderen auch mal ein, die unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Wir sagen ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.